Wir haben uns ganz viel vorgenommen für das Spiel. Wir wussten, wie wichtig dieses Spiel ist und wir wollten gerade mit dem Spirit von Schweinfurt auf dieses Spiel übertragen. Ich denke, das ist uns schon gelungen, dass wir dann ein bisschen Probleme gehabt haben mit der ersten Halbzeit. Ich glaube, das haben wir dann schon kompensieren können. Wir sind in der zweiten Halbzeit ordentlich rausgekommen und es spricht für die Mannschaft, dass wir nach dem 0 zu 1 wieder zurückgekommen sind und jederzeit daran geglaubt haben, dass wir nur punkten können. Und genau diesen Spiel werden wir jetzt Woche für Woche brauchen. In der Regionalliga wird nichts geschenkt.